wir gehen rein zu stream clips germany so also let's go rein da in die neue folge ich habe mir sagen lassen ich bin nicht dabei aber das ist auch nicht schlimm ich gucke gerne meinen meinen kollegen dabei zu wie sie irgendeinen quatsch machen das heißt tatatata let's go reaction als allererstes every luna ever frech ich kann nichts dafür dass da nicht clips eingeschickt wurden ich kann dafür nichts clip hier auch nicht an der stelle das ist euer ding so let's go wir gehen rein volle pulle ist hd ist let's go ah ja ich zwinge euch ihr schaut jetzt mit mir twitch clips germany und wagt es euch wenn ihr es nicht mögt okay ihr dürft eure eigene meinung haben aber ihr schaut es trotzdem an es mir egal okay okay gut gut dass wir das geklärt haben ich habe meine süßigkeiten runterfallen lassen wo sind meine em und ems habt ihr das gehört das waren das waren die kochones von einigen leuten die mir auf den sack gegangen sind jetzt sind sie weg es geschafft die mit deinem kanal eine community aufzubauen und sogar schon eine donation bekommen was macht ein pirat am computer er drückt die enter taste du weißt dass du verpflichtet bist ein impressum für deinen kanal zu haben oder nein klar könntest du jetzt deine private adresse angeben aber durch trolle und andere nutzer kann das ganz schön gefährlich werden damit dein kanal trotzdem sicher ist gibt es online impressum punkt de den sponsor der heutigen folge hier findest du ein impressum für deinen kanal und das ohne deine privatadresse im internet zu veröffentlichen schon ab drei euro im monat hast du eine ladungsfähige adresse deine zugestellte post wird eingescannt und die im datahub geschützt bereitgestellt zusätzlich gibt es addons wie zum beispiel die weiterleitung von fanpost an deine privatadresse also schau gleich bei online impressum punkt de vorbei und mach deinen stream ein ganzes stück sicherer was ist denn mit dir los oh mein gott der schwierig der entwickler sollte sich schämen schwierig die toilettenpuppirolle falsch rum aufgehängt grund ich habe mit so viel input nicht gerechnet ich habe nicht damit gerechnet dass er jetzt da hingeht und den erschießt ich war ein bisschen unter schock gerade ich habe damit nicht gerechnet okay ich war ein bisschen schockiert und als tor let's play ja ich möchte er wird das nie hören nie sehen ich möchte dass krank in diesem outfit auf der gamescom unterwegs ist ich war es nicht nicht an ich war es nicht ich mache es nicht nicht mehr an was willst machen wenn im dunkel ist sehe ich keine hässliche fratze ich mache nicht an was willst machen du kannst mir nur schenken wenn ich dich sehe aber wenn ich dich nicht sehen kann mir erschrecken ich muss anmachen damit der chance kommt ich weiß hier bitteschön da war er habt ihr gesehen da war er Licht aus Licht an da war er Django knurrt Leute an die ich nicht leiden kann Django macht ob er Menschen mag oder nicht super abhängig davon wie ich Menschen finde ja das ist natürlich krass das ist ultra krass ja dann würde ich das einfach Menschen grundsätzlich nicht erzählen aber den Schritt hast du ja jetzt schon ganz schön verbockt ja exakt manchmal liegt der Hund im Detail begraben was manchmal liegt das Detail im Hund begraben warte mal wie geht das was manchmal liegt der Hund im Detail hä wie geht denn das blöde Sprichwort der Teufel steckt im Detail ha 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 mh ne Löw lieb gehabt ne jooow der Löw wet lieb gehabt vorsicht löften ha 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 Du hast vergessen, dass dies ein Horrorspiel ist, nicht wahr? Krieg ich noch ein Jumpscare, wenn ich auf Ja gehe? Oh Gott! Nein! 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 Hol mich ab! Oh nein! Hol mich ab! Oh mein Gott! Nein! 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 Und das Ding fliegt zum Ziel, ich kann nicht mehr, aber ich nicht! Unterfliehung? Nee! Wer ist älter, du oder Gronkh? Das wäre natürlich krass gewesen, wäre der Gleiter jetzt halt wirklich unter ihr und dann wäre sie wieder auf dem Gleiter. Das wäre natürlich übelst krass, aber no chance. Asratus, ich grüße dich. Und hallihallo Audacity of Optimism. Grüße! Dass du das überhaupt fragen musst. Das wäre so, als würde ich zu dir gehen und deine Großmutter steht neben dir und ich würde dich fragen, wer älter von euch beiden ist. Mrs. Giggidi-Piggidi. Also ist er jetzt älter. Also ist jetzt Max älter, ne? Gut, dann habe ich das richtig verstanden. Wieder Aufmerksamkeit. Du armes, armes Ding. Bitte hatet mich nicht. Das war ein Scherz. Tschüss. Oh, ich muss niesen. Sorry, Leute. Oh no. K.O. Weil niesen. Man kennt's. Man kennt's. Ist meine Zunge jetzt eigentlich eingefärbt? Oh no. Noch nicht. Kommt noch. Boah, wie viel muss sie denn niesen? Voll crazy. Oh mein Gott. Das hört nicht mehr auf. Und wir sind gestorben. Kamerawürfel. Ich weiß, ich verstehe das mit diesen Kamerawürfeln nicht. Karma. Ach, Karma-Würfel. So. Ach, Karma. Und trotzdem willst du hoch, ne? Du kannst nicht auf Schilder drauf springen, Katze. Es ist jedes Mal wieder spannend, Katzen bei der Katze. beim Existieren zuzusehen. Es ist ein Wettbewerb, ja? Weißt du, warum Gott Katzen neun Leben gegeben hat? Sieben... Was ist mit seinen Haaren los? Was ist da los? Raz, wenn du Hilfe brauchst. Und dann trag nächstes Mal was Blaues. Was ist das, Chat? Was ist das? Was ist da los? Wenn du Hilfe brauchst, nächstes Mal was Blaues tragen. Und dann im nächsten Mal, wenn du im Clip bist. Oh, es wird so lustig, wenn es halt wirklich so wäre. Oh mein Gott. Weil sie so dumm sind. Eins für... Kampf verloren? Digga, mach doch einfach so mit deinen Händen. Was musst du denn da kämmen? Mach deine Haare einfach vernünftig. Was ist da los? Gronkh. Und das Restliche können sie verbringen. Darum. Ja, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht einsteigen. Kann mir mal jemanden auf die Schnauze hauen? Und dann macht er da. Okay. Ah, dankeschön. Kann ich aufstehen? Ja, ich will aufstehen. Hau auf! Doch nicht aufstehen. Doch nicht aufstehen. Doch nicht aufstehen. Ich schwitze. Oh! Wieso ist denn da ein kleines Mini-Mi? Guck mal genau vor ihm. Neben dem Mikrofon ganz kleines Mini-Mi. Warum ist es da? Was ist da los? Oh, morgens trägt er nur noch blau. Ich spitze. Oh! Ohje. Oh! Ich bin gleich dead. Ich bin dead. Kannst du mich wiederbeleben? Ich bin wieder dead. Schlechter Point zum Wiederbeleben. Echt? Kannst du mich so wiederbeleben, dass ich nicht wieder stirb? Das war's. Danke. Also tatsächlich grün, weil grün ist ja auch meine Lieblingszahl. Wie ihr wisst. Meiner war's. Bisschen nicht. Was? Was? Oh, 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 warte, ich will dran gehen. Oh, oh, oh. Hallo, Marco. Was ist eure Lieblingszahl? Meine ist beige. Was ist meine Lieblingszahl? Manchmal auch so ein Pastellrosa oder Blau. Schreibt's gerne in die Kommentare, was ist eure Lieblingszahl? Das Ding ist halt, ich habe viele Lieblingszahlen. Ich mag Rot, ich mag Rot, ich mag Blau, ich mag so Perlen, Perlenfarbe, so dieses Weiß, aber dieses Schimmernde, you know? Ja. Ach, guck mal, wenn zwei laufen, in die Kommentare schreiben. Ich zieh mich, ach, das ist ja ein Traum. Nice, du bist das Schimmerleben, ne? Ja, so ist es, Mauski. So lebt es sich doch gut. Was wohl passiert, wenn man gleich zwei Raketen hintereinander ins All schießt? Müssen wir uns aber beeilen. Oh, oder man verbuggt's. Oh, okay. Oh Gott. Und ich habe zu Hause immer die Beefy, ich habe die aus diesem Kondom da rausgeholt und das war immer so richtig voller Salz, ne? Und ich habe... Bitte sag nicht das, was du sagen willst. Ich weiß, was sie sagen will. Sie hat das ausgelutscht. Sie hat die Verpackung ausgelutscht. Hallo? Sie hat safe die Verpackung ausgelutscht. Hundertprozentig. Gelutscht hat sie das. Ich habe dieses Plastik, wo drin die Beefy immer war, ich habe die immer abgelutscht. Ich wusste es. Iba, wie es wurde... Iiiiih, bei der Vorstellung. Von welcher Beefy spricht sie? Das ist eine gute Frage. Oh Gott. Nein. Nein. Warum, Dima? Brother. Brother. Warum, Dima? Wieso sagst du denn sowas? Beides eklig, aber eins ist ekliger. Ich habe die immer so... Ich habe die immer abgelutscht, weil die so richtig salzig war. Hol dir Salz. Leck einmal an deiner Hand. Mach einmal in Salz rein und leck dann ab. So, aber doch nicht... Bah. Ah. Warum? Also. Black Pearl. Ei. Grüße. Hallo, danke schön für den Raid. Hallo Raiders. Welcome. Welcome to the SCG Reaction. Hallo. Äh. Aber, was du auch sagen willst... Ihr Lappet. Das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Was sagen wolltest du, dass... Ich habe vergessen. Ach so. Nein, er hat vergessen. Für den Content der ersten Extraklasse. Ich bin ehrlich, ich würde der Erste. Ja. Eben. Ja. Eben. So, ich zeig euch das jetzt einmal hier in der vollen Pracht. Es ist ein bisschen eng, ne? Es ist ein bisschen eng, weil wir haben ein bisschen zugenommen, ne? Also, ich sag mal hier oben, das Dekolleté ist schon mal ganz gut gefüllt, ne? Und ich habe auch nichts drunter für euch, ne? Ich freundlich, ich habe extra nichts drunter gezogen, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch, ne? Da hatte Ghibli so eine... Ich wollte das jetzt sehen. Ich wollte das jetzt sehen. Ach so, ein Heiß darauf machen und dann nicht zeigen. Mhm, weiß ich ja Bescheid. Ähm, so ein Prat... So ein... So ein... Wie nennt sich das denn hier? So ein Pann... So ein Ding, womit du halt in der Pfanne die Sachen wendest. Pannenwender. Pannenwender! Ding, wo man das wendet. Und ich möchte jetzt keinem von euch irgendwie schlechte Ostern bescheren, ne? Aber ich hatte plötzlich so einen Druck, dass ich... Hast du auf Jesus geschissen? Sag mir bitte nicht, du hast auf Jesus geschissen. Metashi, don't do this. Scheiß doch nicht auf Jesus. Ich mir dead serious fast auf dem Weg zur Toilette in die Hose geschissen habe. No joke. So. Und falls ihr euch fragt, warum ich keine Cap aufhabe, das liegt daran, weil ich zur Toilette gesprintet bin, Hose runter und im Flug musste ich schon scheißen, hab mir an die rechte Arschbacke geschissen, muss dann danach duschen gehen und jetzt sitze ich wieder hier. Das war... Mich würde interessieren, wie lang die Pause war. Metashi. Wie lange war diese Pause? Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie lange Metashi jetzt gebraucht hat von... Ich mache Pause, sprinte, weil ich so krass scheißen musste zum Klo, scheiße ins Klo, hab mich eingeschissen, musste duschen, muss mich wieder anziehen, sauber machen und dann wieder zum Ding. Wie lang hat er gebraucht? Kannst du mal jumpen? Klar. Boah, wie Trampoline, Alter, weißt du, dass wie beim Bungee-Jumping, wenn das Seil am Ende so und dann die BH-Träger, weißt du, die machen so richtig so... Trägst du heute ein Toupet? Beste Antwort, so und nicht anders. Oder habe ich einen Knick in der Optik? Ja, auf einmal brauche ich ein Toupet von Freitag auf heute. Das ist wichtig. Es ist nicht so, dass ich gerade schwitze und einfach kein Zeug in den Haaren habe. So, es liegt daran, dass ich ein Toupet trage. Das ist der viel näher liegende Schluss. Hm. Ich auch, by the way. Das ist auch ein Toupet. Das wissen bloß viele nicht. Also, Gronkh, I feel you. Das ist krank. Das ist krank. Das ist das. Ey, du hast doch von uns geworfen gerade, oder? Geil. One chain together mit Jan. Oh, 10. Alles gut. Oh mein Gott. Alles gut, Roy? Alles gut, alles gut. Ich bin schlau gefallen. Oh mein Gott. Ich bin schlau gefallen. Alles gut. Auf der Tastatur schneller navigieren und so. Ich werde jetzt nicht gestehen, dass ich mein Leben lang dachte, ich habe ja auch ein Samsung. Ja. Und ich dachte, es wäre ein Solar-Panel. Jafo, ich lasse die Fernbedienung auch immer so rum auf meinem Tisch liegen, damit die auch immer Batterie hat. Damit die lädt. Wait, warte mal. Aha. Warte mal. Aha. 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 Ich bin nämlich nicht nur dumm. Nein, das kann es nicht sein, weil es hat ja ein USB-C. Aber es sieht sch*** danach aus. Nein, aber hier ist so ein kleines Symbol mit so einem Licht. Aber meiner hat das nicht das Symbol. Ich hole gleich meine Fernbedienung hierher. Ist das ein Solar? Das ist Solar? Ist das Solar? Chat möchte auf, mehr so ein Cut. Wieso Cut? Ich finde es witzig, wie Flo einfach das... Ich bin nämlich nicht nur dumm. Finde ich super. Ist das Solar, Chat? Ich weiß es nicht. Ich besitze keinen Fernseher. Ist das Solar? Chat? Chat? Ja! Ne. Real Talk. Ja, Dima hat keine Ahnung. Der sagt einfach nur ja, weil Drogen und ja gesagt hat. Echt jetzt? Krass. Ja. Flo ist nämlich ein schlau. Schlaui schlau. Ihr seid wie meine kleinen Kitties. Immer Aufmerksamkeit haben wollen und sobald man Aufmerksamkeit bekommt, kriegt man den Schwanz ins Gesicht. Ich will auf der Gamescom Streams machen. Ich will auf der Gamescom Streams machen, also IRL-Streams. Ich will auch aus Köln und Düsseldorf IRL-Streams machen. Aber ich muss noch gucken, ob ich bis dahin diesen Router bekomme, weil ohne wird das echt sehr, sehr schwer. Ja, ohne ist es nicht. Ja. Ohne ist halt echt wack. Diese Banane und dann die ist jetzt schon sehr reif und dann kann man hier oben reinpicken. Das tut den Männern jetzt bestimmt ein bisschen weh. Und dann kannst du quasi hier reinpicken und dann, bei der funktioniert es gerade nicht so ganz, aber seht ihr das? Und das kannst du halt durch die ganze Banane durchmachen. So, und dann dreiteilig. So sieht euer Schneepiel dann auch aus. Wenn ich damit fertig bin, wenn ihr mich abfuckt. So nämlich. Dann sieht er nämlich genauso aus. Dreiteilig. Und dann hast du halt hier bei der Banane geteilt. Ähm, äh, Marianne, könntest du noch mal kurz lesen, was oben an deinem Browser steht, auf welcher Seite du bist? Das hier ist Tinder und nicht Twitch. Wie einfach Moongott sagt, ich glaube nicht, ohne zu wissen, dass ich in der Urologie gearbeitet habe und ein Skalpell hier liegen habe und mehrere noch sterile Skalpells und ich an vielen Schneepies schon rumgeschniepelt habe. Also, ich, na doch. Doch, doch. Kann ja mal gucken, wo ist mein Skalpell? Da. Oh Gott. Doch, doch. Das war keine leere Versprechung. Äh, Digga, was ist los? Es sieht für euch jetzt, glaube ich, total relaxed aus, ne? Als wäre gar nichts. Aber ich sage euch. Habt ihr das gehört? Nein, glaube ich. Musst du es enden sterben, wenn sie Sex haben? Was? Warum? Als ob. Weiß ich nicht. Zumindest die, die ich gepf***t habe. Oh nein, wird es stoppen. Creepypasta Punch, wieso? Denn ich stelle mir das immer bildlich vor. das ist eine, das ist eine, das ist ein Fluch, das Adiherismus, sis. Ha. Warum? Oh Gott. Oh mein Gott, warum? Und zwar, die habe ich schon richtig lange drauf gehabt auf der Wishlist. Oh mein Gott, danke schön. Oha, das ist nämlich eine beleuchtete Lampe. Äh, eine beleuchtete. Kommt, gleich kommt Kino. Cinema. Okay. Ja? Hol schon mal den Oscar raus. Ich taufe dich auf Oscar. Oscar ist draußen. Ja? Was machen wir heute, Chat? Ich, ich, oh, es tut mir so leid, Chat. Ich kann heute keinen qualitativ hochwertigen Stream machen, weil ich so krank bin. Okay. Hihi, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nämlich gar nicht krank. Ich simuliere doch nur. Simulatur. Neu Sonntag. Ich packe Oscar mal wieder weg. Ich packe, ich packe, ich packe Oscar mal wieder weg. War funny, knuffig, aber ich packe mal Oscar wieder weg. Ohohohoho. Oha. Was ist jetzt los? Ich wäre viel zu gut. Was ist jetzt? Wow, Alter. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Gehen wir hier nach unten oder bleiben wir hier oben? Oh, krass. Mann, du bist immer tot, wenn ich streame. Mann, du bist immer tot, Ich trage übrigens auch blau. Wir sind matching heute. Du machst dein Sportoutfit kaputt. Ich bin schon bald wieder fast da. Diese Sportübung nennt sich der sterbende Schwan. Das ist eine Yogaübung. Das ist so weich. Ich wollte zwar nicht erst mit Yoga anfangen, aber egal. Mauki, du machst dich ganz dreckig. Kann ich wieder ins Bettchen kriegen? Ich hast so komische Klebiedinger jetzt an dir dran. Wo ist dein Schuh? Also, ein wundervoller Clip. Beide zusammen. Fantastisch. Sehr, sehr. So süß. Dein Schuh. Aaaaaaah. Wer sagt der Scheiße? Moni, ich kann's nicht mehr. Dieses Spiel, es macht mich wahnsinnig. Ich komm rein, ja? Ihr müsst vorstellen, ich war komplett bekackt gewesen. Ich war komplett bepackt, nicht bekackt. Äh, Ich glaub, du solltest dich. vielleicht hast du und betasche dasselbe gegessen mal gucken kann ja sein also rot dann zweimal blau zweimal rot und dann abwechselnd rot zweimal blau zweimal ich habe ich zweimal blau gesagt habe ich zweimal blau gesagt war da habe ich mich jetzt von taten und dann war abwechselt oder springt immer zuerst ich guck mir das erst mal an hecke komm springt vor und stirbt ist safe ich komme hinterher ich habe mir nicht festgehalten ok jen ihr könnt parabol mikrofon geister zu orten ja hier ist das nix machen kann ja gute nacht black pearl ich hätte oh mein gott das wäre so schrecklich gewesen ich meine kopfhörer ausgerissen jetzt soll ich wieder was warum lasse ich den warum kann oh gott er kommt da jetzt um die ecke ich will dich nicht erschießen nein mancher schießt doch kein hund sie ist nicht kräftig komme scheiße sagt man nicht scheiße tue das was ich sage und nicht was ich tue so nämlich ja soweit ganz gut hoppala das war eine sehr dumme entscheidung aber lustig aber du ich habe ich habe allgemein mit solchen sachen ja grundsätzlich nicht das problem ich habe aber neulich im hotel erfahren dass ich anscheinend mal jemanden wach gefurzt habe ich will jetzt maries namen nicht nennen aber anscheinend anscheinend war ich in der fähigkeit leute wach zu furzen und aber nach ihrer aussage durch den gestank und nicht durch das geräusch oha oha wie schlimm muss es gestunken haben what the hell auch gut finde aber es ist äh äh nee stopp oh nein luna hat gerade meine just chatting szene gelöscht oh no er hat sie nicht nur gewechselt er hat die gesamte szene gelöscht sprung schrecken sind jumpscares das kann ich übersetzen aber was ist aufzug was ist aufzug was habe ich aufzug was tust du da im game kartoffeln haben viel vitamin c mag sein ja also es geht nicht darum was gesünder ist leute ihr habt einfach 999 seite euch doch was das denn was das für eine umfrage was ist da was ist das für eine umfrage krass krass aber das hatte ich auch schon mal chat war sich uneinig ich sag's wie es ist dann verfolgt dich ein monster im rollstuhl bis zur treppe imagine so komplett blutig komplett so treppe safe space ja ein viererskop geh doch rein kommen kann ich nicht durch das fenster springt tür öffnen ach so jetzt gehen nach rechts ok ok das musste ich früher auch ich spiele dieses spiel nicht auch mich bücken zum zum hier das war links mein gott du hast recht ist mir gar nicht aufgefallen mit meiner rechts links schwäche da ist es mir so gar nicht aufgefallen hoppala ich suche jetzt in den kleinigkeiten das letzte ist immer das was man zuletzt findet schleichen wir uns ran an die so funktioniert das schleichen aber da ist es okay glaube ich das ist okay der hat es nicht mitbekommen er hat nicht gemerkt bloody sieben monate schon sieben monate schon bis sie am rumrollen bei mir in der community ehre ich freue mich ich freue mir sehr doll dankeschön für den sub ehre dankeschön wir warten jetzt einfach mal was da vorne passiert da mache ich noch ein bisschen wischi waschi und hin und her und vielleicht mache ich da ein bisschen blau rein vielleicht auch ein großes schwarzes d ach da ist es ja schon ja und dann schauen wir einfach mal wie die die nächste woche es wird und ja guck mal sieht schon viel freundlicher aus ich habe hier oben noch ein bisschen mehr gelb rein gemalt und hier noch ein bisschen wischi waschi und das d bleibt einfach mal da stehen jetzt hinterher laufen springen springen laufen oh wow ich habe keine ahnung was passiert ist aber ein take it okay wir müssen jetzt immer auf eine andere sprache zählen ja du zählst jetzt auf russisch 1 2 3 go okay claudy du zählst jetzt auf italienisch äh 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 ne ne ich guck nur ob du sicher ins auto kommst ich trau dir nicht ob dein nummernschild nicht abfällt ich trau dir nicht das rote ne tschüss 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 Ich weiß nicht. Das heißt, ich hab wann immer du willst. Krass. Ich muss doch mal die Kamera hinhalten. Sehr krass. I'm so sorry. Ich spüre den Vibe der Katze und komplett mein Vibe. Finde ich gut. Das ist so scheiße mit diesem Ding. Da, wo eben bist du. Okay. Also guck mal, ich bin hier halt durchgefallen in ein Loch. Hier. Oh oh. Perfekt. Ja, genau in dieses. Genau in dieses. Du hast es gefunden. Halten, abonnieren, teilen, Glocke aktivieren. Das, was die Frau sagt. Und sag's auch deiner Oma. Und dem Opa. Sag mich. Und ich sie auch. Ja, geile Folge, Kinders. Geile Folge. Was soll man sagen? Es hat was gefehlt. Oh. Hoppala. Es hat was gefehlt. Ich. Aber. Das ist nicht schlimm. Ich fand die Folge trotzdem ganz okay. Ähm. So. Aber. Äh. Er hat trotzdem was gefehlt. So. Me. Ich sag tschüss YouTube. Wie die, wie die Frau du schon gesagt hat. Äh. Äh. Glocke abonnieren. Und so weiter. Und so fort. Ihr könnt gerne einmal eure Lieblingszahl runterschreiben. Meine. Äh. Ich hab immer noch ganz, ganz viele. Meine ist beispielsweise jetzt gerade rot. Und äh. Ähm. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Äh. Nächsten Mittwoch und so. Dann haben wir ein Date. Seid pünktlich. Und äh. Wir. Und ihr könnt auch mich gerne abchecken auf allen möglichen Plattformen und so. Das heißt äh. Tschüss YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Clippy supporten und so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.